Also, wie man ihn kennt, schnell, man kann sich da durchsetzen, ein bisschen Glück, lässt die Scheibe liegen, Tor für die Eispiraten, links lang weg, Philipp Reisenecker, super Angriff. Moment, noch keine Einschussmöglichkeit, aber dann kommt der Nachschuss über Lonas Langmann, die Eispiraten gehen 2 zu 0 in Führung. Jetzt erläutert an der Scheibe, und das Tor für die Eispiraten. Hier kontrolliert zu spielen, nächste Möglichkeit, Tor für Philipp Reisenecker. Dann auf Faser, die Scheibe frei und dann Reisenecker mit Spielbuch links ins Glück. Für die Westsachsen, die jetzt im Angriff sind, nächster Abschlusskrank über Wischert. Und dann ist es eine abgeprallte Scheibe, die Anjali Kuhn vorbei ins Tor geht. Und dann ist es gefährlich, Tor für die Eispiraten im Abstauben. purpose für die Eispiraten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.